Und wir sprechen darüber mit Jan Fleischhauer, Fokus-Kolumnist, uns jetzt zugeschaltet aus München. Schönen guten Abend, Herr Fleischhauer. Hallo nach Berlin. Sie haben diese Veranstaltung ja sicherlich mitverfolgt im Schloss Bellevue, diese Preisverleihung. Ging das nur mir nur so und uns hier im Studio oder empfanden auch Sie es so, als ob Angela Merkel fast etwas mit Demut auch auf dieses Kreuz blickte, das ihr gerade verliehen wurde? Ich weiß nicht, ob das Demut das richtige Wort ist. Also sie hat ja bislang immer so getan, treue Arbeiterin im Weinberg des Herren. Das sei ja gar nicht, sie denke gar nicht in so Kategorien wie Ruhm oder das, was bleibe. Ich glaube, das können wir jetzt ab heute getrost alles abhaken. Also sie denkt sehr wohl darüber nach, es nicht nur was bleibt, sondern was auch ihr Rang ist unter den Bundeskanzlern. Sie hätte ja diesen ordentlich annehmen müssen. Also sie steht jetzt auf einer Studie mit Helmut Kuhl und Konrad Adenauer, also noch über Willy Brandt und Schmidt, also den beliebtesten Kanzlern Deutschlands. Und dass der Bundespräsident in seiner Rede so ein bisschen schwammig geblieben ist, wie die Korrespondentin, die er gerade hervorgehoben hat, hängt ja möglicherweise auch damit zusammen, dass man gar nicht so richtig weiß, wofür sie den Ordner nicht bekommen. Er hat ja schon auch verschiedene Punkte herausgehoben in dieser Rede. Er hat sie gewürdigt, sagt er, sie ist eine Kanzlerin, auf deren Pflichtbewusstsein sich die Menschen verlassen konnten. Die Kanzlerin stellte sich selbst als Person nie in den Mittelpunkt, sagt er. War das also Ihrer Meinung nach keine würdevolle Laudatio und Ihnen hat thematisch etwas gefehlt? Ihr Problem ist, dass doch Ihre Hinterlassenschaft sich zunehmend eindüstert. Also in dem Moment, als sie abtrat, haben doch alle gesagt, ah, die mächtigste Frau Europas tritt ab. Und wie soll Deutschland das eigentlich schaffen, ohne Angela Merkel an der Spitze? So ein Jahr später, was bleibt? Also nehmen wir mal nur die Russland-Politik, wo der sozusagen Brother in Arm, also der Bundespräsident, dem sie ja übrigens ins Amt verholfen hat, ja, Mittäter war. Also Atomkraftwerke abgeschaltet, deutsches Fracking verboten, die Gasspeicher in Russland verkauft und sind an einer Abhängigkeit zu Russland getrieben, was das Gas angeht, wie kein Kanzler vor ihr. Sodass das Land wirklich mit dem Rücken zur Wand stand und wir alle gebibbert haben, ob wir durch diesen Winter kommen. Das heißt also, die Sicherheit des Landes wahrscheinlich so gefährdet, wie kein Kanzlerin vor ihr, ja. Wofür dann dieses Bundesverdienstkreuz? Ich sehe es so ein bisschen, ehrlich gesagt, wie so ein Buddy-Dienst von Steinmeier an seiner ehemaligen Wertgefährtin Angela Merkel. Und das haben ja ein paar Leute, die also geschichtsbewusst sind und in der DDR aufgewachsen sind, daran erinnert, dass das eigentlich, sagen wir mal so, SED-Gewohnheiten waren, dass sich die Genossen am Ende nochmal der Amtszeit ordentlich ordentlich nahmen. Die 20 Gäste, die mit dabei waren heute, die hatte Angela Merkel ja höchstpersönlich ausgesucht. Es war niemand mit dabei aus der aktuellen CDU-Führung. Wie bewerten Sie das? Gut, sie hatte ja am Ende ihre Amtszeit eh erfolgreich verdrängt, dass sie Parteipräsidentin der CDU ist. Ihre eigentliche Partei des Herzens war ja die Sozialdemokratie. Insofern, dass sie jetzt am Ende bei so einer Feierstunde nie noch die aktuelle EDU-Spitze einlegt, das habe ich verstanden. Ich habe einen, ehrlich gesagt, auf der Gästeliste vermisst, Wladimir Putin. Wir reden doch immer so von dem großen diplomatischen Geste, den wir jetzt brauchen. Das wäre doch mal eine diplomatische Geste gewesen. Das hätte in gewisser Weise auch gepasst zu ihrem Erbe. Gut, da ist jetzt ein internationaler Haftbefehl ausgeschrieben, aber hätte man nicht mal die Augen zudrücken können. Wir haben zehn Jahre die Augen zugedrückt. Ich weiß nicht, ob das allen so geht, aber zumindest Herrn Fleischhauer hat diese Person gefehlt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für das Interview. Danke euch. Tschüss. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Vielen Dank.